Der Urlaubschecker Goofy Forster in Marokko, genau gesagt in Marrakesch. Und das hier ist das Top Hotel, das 5 Sterne Le Jardin de Lac Dal. Traumhaft gelegen, von oben mal betrachtet mit einer tollen Pool-Landschaft. Aber wo befinde ich mich eigentlich? Hier an oberster Stelle, und das wechseln wir mal, noch gar nicht eröffnet, aber brandneu und demnächst eröffnet. Das ist die Sonnenklar-TV-Terrasse, die exklusiv nur für unsere Gäste ist. Das heißt, dann werden diese liegen auch bestimmt sein. Und dann hat man von hier oben diese gigantische Aussicht runter auf die gesamte Anlage. Und wenn man sich dann mal umdreht und die Treppe runtergeht, ist man dann auch gleich im Spa-Bereich. Da kommen wir nämlich jetzt gleich hin. Aber auch hier, das ist total nett gemacht, mit einer relaxten Ecke. Ja, arabischer Stil natürlich hier, marokkanisch das Ganze eingerichtet. Und die Bar wird natürlich hier vorne dann auch geöffnet sein. So, und wir steppen runter und schauen uns gleich mal den unten angrenzenden Spa-Bereich an. Wunderschönes Hotel, übrigens hier von der Region her gesehen. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil Treppen sind uninteressant, würde ich mal sagen. Deshalb flitzen wir ganz schnell runter. Vom Hotel her gesehen, gute Lage. Das heißt, man hat, zeige ich auch gleich mal nebenan, die Möglichkeit, gleich mal die Top-Diskotheken aufzusuchen. Oder im Endeffekt auch ganz, ganz schnell in den brandneuen Mauls zu sein. So, und gehen wir raus in die Anlage hinein. Und gleich nebenan habe ich den Spa-Bereich. Und da wird uns jetzt gleich Abdul, ich hoffe, dass er da ist, auch so das ein oder andere zeigen und erklären. Okay, hier, auch nicht schlecht, ne? Holiday-Check 2014, auf April, schon mal ein Zeichen, dass wir hier in einem Top-Hotel sind. Also ich bin seit gestern hier und es ist wirklich ein absolutes Top-Fünf-Sterne-Haus. Hallo. Hallo. Ist Abdul hier? Sabah? Ist Mr. Abdul hier? Abdul. Where is Abdul? Abdul? Galilajita. Ah, hi, here is Abdul. Hi, Abdul. How are you? Fine, nice to see you. Abdul, can you show us a little bit about this part here? Okay, here we come. So, what do we have? How are we here in the Jacuzzi? Also wir haben hier, jetzt mal für unsere Gäste, ein Jacuzzi. 30, sorry for the reason? Yes, 30. 30, also um die 30 Grad lang. Auf der anderen Seite gehen wir gleich mal in den Gym hinein. Das heißt also, bei gutem Essen kann man sich dann auch mal hier wieder stärken. Und wir grüßen, wir grüßen einmal. Das ist das, was ich dann später machen werde. Wir grüßen erstmal nach Deutschland. Okay. Next. Next is swimming pool. Dann kommen wir mal zum Hallenwatt, falls es ein wenig kühler sein sollte. Hat man hier, wow, das ist warm. Yes, in den schönen Poolbereich. Also indoor Pool bei 30 Grad. Perfekt. Okay. Let's go. Schauen wir weiter. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Fitnessnorm und das ist Cardio? Yes, Fitness Cardio. Okay, also das heißt, dass auf der einen Seite für die, die Muskeln aufbauen wollen, natürlich genau das Richtige. Aber, hier kommen wir dann in den Bereich Cardio. Also für Tappi. Biken oder Piliten. Okay, also das, was man auch gerne eben macht mit dem Biken oder das hier unten sehe. Das ist für Step Reboot. Jawohl, das ist doch wunderbar. Ja. Das kenne ich noch von meiner Frau her, die hat das nämlich damals eingeführt in Deutschland. So, machen wir weiter. Okay. Let's go. Willkommen. Es ist für die Therapie. So, für die Therapie. Jetzt, okay. Schauen wir mal, ob er da so alles zu bieten wird. Voilà, es ist für Hydro. Aha, der Hydro Pool, okay. Okay. Oh, da, das ist für die Therapie. Okay, für das Wasser, die in den Pfannen. Okay. 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 Das ist hier. Und die nächste Reihe. Wann wir machen gleich, weiter? Und so, folgen. Dann ist gleich wieder normal, okay? Okay, ja. Und das ist ein Massage. Also das ist hier die Massage, dann von oben, dann von oben, dann von oben, dann kommt das Wasser und dann die Gäste ein wenig mit dem Wasser wassieren kann. Und was ist das? Das ist die Jet-Dusche? Ja. Okay. Das ist für die Press. Okay, also hier? Ja. Pressure? Ja. Pressure. Okay. Okay. Vielen Dank. So. Okay, dann machen wir natürlich noch Sauna, Hammarn, Dampfbad, Steam Massage. Okay. Also alles hier, was ich SonnenklarTV-Gast dann freuen darf, wenn er einen Top-Relaxen und Wellness-Urlaub genießen möchte. Also Stadturlaub verbunden mit all diesen Geschichten, das macht natürlich schon Spaß. Das ist sehr froh. Hier kann man sich dann umziehen. Okay. Und unten. Wir gucken uns das natürlich auch unten kurz mal an, wie so die Massageräume aussehen. Okay. Wir kommen zum Stadturbereich, nahe zur Stadt. Ich bin gestern reingefahren in die Stadt. Es waren 20 Minuten. Da war ich am Jamal Elf Nah. Und da sind wir also wirklich zur Hauptzeit gefahren. Und das hier ist, wie gesagt, die Möglichkeit erstmal ein Tee hier. Also hier kannst du einen Tee bekommen. Black Tee, Marokkan Tee. Ja natürlich, marokkanischer Tee, was sonst? Nicht das, was wir in Deutschland kennen. Nein, das natürlich nicht. Guck mal, ein freundlicher Mensch, der ist wirklich ein netter Kerl. Danke. Danke. Okay. So, und jetzt hoffe ich, dass das Licht so halbwegs auch noch mitmachen. Einmal, ein Mal. Okay, that's too dark, okay. Thank you. Das ist für die Marokkanische Tee. Okay. Wir kennen uns hier, that's too dark. Okay. Also, das ist jetzt zu dunkel, da gehen wir gleich auch wieder raus. Aber alles, wie gesagt, hier unten. Sauna. Ja. Okay. Okay. Everything's here and relax time in Le Chatant Delac. Da drüben geht's dann zu den Massageräumen. Das ist auch ein bisschen heller, das können wir dann besser zeigen. Ja, das ist für KV, für Massage. Ja, ja. Okay. Na ja, dann kommt man gleich mal hier rein, genau. Also hier hat man die Möglichkeit, sich dann verwöhnen zu da drüben. Danke, Abdul. Ja, willkommen. So, und wir gehen dann gleich mal wieder raus und schauen nochmal, Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Guck mal, er spricht sogar ein bisschen Deutsch. Das ist doch total nett. Dankeschön. Schlicht. Er ist wirklich schlicht Deutsch. Ja. 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 Wir sind schnell wieder über die Stufen weg. Stufen, wie gesagt, sind langweilig. Ginge auch. Deshalb nichts wie raus. Ja. So. Thank you Abdul. See you next time. Bye. Inshallah. Inshallah. Ja, shokran. Genau. Genau. Good morning. Good morning. Thank you very much. So, dann gehen wir mal raus. Und jetzt gehen wir mal auf die rechte Seite rüber. Können wir nämlich zeigen, was in puncto Sport auch noch so alles geboten wird hier. Schöne grüne Anlage. Also, das ist ein echtes Top 5 Sterne Haus. Und hier drüben sehen wir dann gleich mal wieder genau das, auf was ich stehe, nämlich Tennis. Und dahinter, das kann man jetzt auch schon sehen, ist das Triple Five. Das Triple Five, daneben das Pasha, also wirklich ein Ableger des Original Pashas von Ibiza. Das ist die Top Diskothek Marokkos, wohlgemerkt. Also nicht von Marrakesch, von Marokko. Die Top Diskothek gleich neben der Anlage. Und hier haben wir zwei Tennisplätze, die auch wirklich gut bespielbar sind. Ansonsten viel grün. Also der Name Le Jardin de Lagdal, der passt. Wobei die Geschichte des Le Jardin de Lagdal ja die ist, dass das die Gärten des Königs sind. Und das muss also eine botanische Supershow sein. Ich habe es noch nicht gesehen. Kann man als Gast immer am Freitag und am Sonntag sich anschauen. Also wer das möchte, auf jeden Fall mal vormerken. Wir gehen gerade auf die Poolbar zu, wo man dann hier den Kaffee oder auch die Drinks oder auch das Mittagessen, ein Snack, was ich gönnen darf. Auch hier ganz, ganz nette Jungs an der Bar. Also nochmal, das ist ein Stadthotel. Man kann abends superschnell nach Marrakesch rein, auf den Jammer Efna zum Beispiel. Da war ich gestern. Und da ist dann richtig was los. So ab abends 19 Uhr natürlich klasse. Oder vorher 18 Uhr. Muss man mal den Sundowner mitnehmen. Oh, hi guys. Everything's fine? Hallo Mr. Kofi. Hi. Wie geht's? Danke. Sehr gut. Er spricht sogar ein bisschen Deutsch. Ja. Das ist doch sehr, sehr schön. Nicht sicher. Hier, you can have the lunch. Ja. Lunch, snacks and hi. Ja. Ich habe es verkauft. Wir müssen essen hier. Ja, okay. Wir müssen ein bisschen trinken, ja. Okay. Also hier gibt's die Getränke und hier gibt's dann auch das Essen. Danke, guys. Ah, do you have one? Ja. Ja. Ja, okay. Marokkanisch Koffee. Marokkanischen Koffee machen wir natürlich gerne. Ja. Einen kleinen Koffee kann man ja mal sie gönnen zwischendurch. Kann ich auf der anderen Seite schon mal noch mal zeigen, dass man hier auch wirklich super bequem und schön sitzen kann. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Strandbar, wo man sagt, okay, was mache ich hier, sondern das ist wirklich alles nicht eingedeckt. Da kann man sich dann auch schon mal mittags ein bisschen Wein gönnen. Ganz, ganz feine Geschichte. So, dann schauen wir doch mal gleich wieder hier rüber. Dann haben wir auch hier die Karte. Kann man auch mal kurz uns anschauen. Ja, die Karte weniger. Ich glaube, ich bin jetzt doch nicht bei der richtigen Karte gelandet. Da habe ich sie. So. Also, es geht doch mit allen Möglichkeiten. Also, da sehe ich dann zum Beispiel. Spritel. Oh, thank you very much. You're welcome. So, da haben wir hier zum Beispiel Starters. Da haben wir die Paninis, Sandwiches, Club Sandwich, Pasta, Pizza oder auch natürlich anderes. Chicken ist natürlich angesagt, aber auch Beef, frischer Fisch, Calamari. Also, wirklich ein tolles Programm. Ich gebe mir jetzt mal hier gerade einen Schluck von Espresso. Sag Dankeschön. Bitte. See you next time. See you next time. Ah, Getränkekarte. Guck mal. Er denkt ja an alles. Schauen wir uns auch an. Dann haben wir die Getränke. Also, alle sind exklusiv. Also, alle sind exklusiv. Mit Bier, mit Whisky, Gin, Wodka, natürlich auch Mineralwasser oder frische Säfte. Dann haben wir die Cocktails. Guck mal, Sunny Cocktails mit Alkohol, ohne Alkohol. Vielen herzlichen Dank. Danke. Atlas Hospitality. So ist das, die Gastfreundschaft von Atlas. So, machen wir weiter. Wir schauen uns mal ein Zimmer an. Und zwar dieses. Jetzt gehe ich mal von außen rein. Also, das sind jetzt hier Standardzimmer. Und allein, wenn ich da rein komme, so sieht das aus, wenn unsere Gäste ein Zimmer bekommen im schönen Le Jardin de Lac-Dal. Mit all den netten Geschichten. Guck mal, wir haben sogar Blümchen hingestellt. Fernsehen aber auch. Also, wir sehen gerade hier ARD, ZDF. Und so ist doch ein Empfang genau richtig, oder? Und hier kann man es sich doch gut gehen lassen. Schau dir das an. Richtig nett gemacht. Mir gefallen auch so diese Details. Toll gemacht. Königlich. Aber ist ja klar, für unsere Gäste ist das ja genau das Richtige. Dann schauen wir natürlich auch einmal ins Bad rein. Erst einmal grüße ich mal wieder rüber. Hallo Freunde. Und da sehen wir es dann von dem Bad her gesehen. Auch natürlich klar, wir sind im Fünf-Sterne-Bereich. Das heißt also, hier haben wir auch alles vor Ort, was man braucht. Slipper, die Bademäntel, Badewanne haben wir jetzt hier. Und ich kann auch wieder rüber grüßen. Hallihallo ihr Lieben. Mir geht es gerade gut in Marokko, in Marrakesch, in diesem schönen Hotel Ort. Das wäre ein Standardzimmer. Und das verlassen wir auch gleich wieder. Das heißt also, hier habe ich zum Beispiel auch mal einen kleinen Balkon mit dem Blick wieder raus auf die Anlage. Und ich springe mal wieder rüber. Und wir gehen weiter. Hallo. Total schön gemacht. Also es ist echte Qualität, die wir hier haben. Alles gepflegt, gehegt. Und hier vorne, da können unsere Gäste dann zum Beispiel in den Sommermonaten, eigentlich nicht nur in den Sommermonaten auch wenn es jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir ja gerade mal März, können die wunderbar morgens auch draußen frühstücken oder am Abend auch zum Beispiel draußen sitzen. Weil das ist das Buffet-Restaurant. Gehen wir auch gleich mal rüber. Habe ich also gestern Abend auch draußen gesessen und muss sagen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist also wie gesagt alles Top-Qualität, die wir hier haben. Das hier wäre dann das Buffet-Restaurant, das gerade eingedeckt wird für das Mittagessen. Und dann sitzt man quasi hier in diesem Raum, aber das Buffet ist aufgebaut in einem anderen Raum. Das heißt also getrennt, was ich persönlich super finde. Dann ist das Geklimper beim Holen der Speisen auch nicht so zu hören. Wie gesagt, das ist das Buffet-Restaurant. Und wir gehen gleich mal weiter. Gehen in Richtung marokkanisches à la carte Restaurant. Das befindet sich hier auf der gegenüberliegenden Seite. Und auch jetzt nochmal der kleine Blick über diese Details. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das ist sowas von toll gemacht. Schön, oder? Das Marokkanische Restaurant. Auch hier natürlich die Möglichkeit draußen zu sitzen. Sitzt man halt marokkanisch ein wenig tiefer, als es witzig gemacht ist. Und es ist sogar offen, wunderbar. Gehen wir auch mal gleich rein. Schau mal. Mit dann auch abends Livemusik. Wunderbar. Und weiter geht's im Le Jardin de Lagdal. So, jetzt gehen wir Richtung Lobby. Rezeption. Und was mir natürlich gestern auch gut gefallen hat. Es gibt übrigens verschiedene Möglichkeiten, hier mal zurückzuziehen. Ein bisschen zu arbeiten. Ein bisschen zu arbeiten. Natürlich sind wir hier ganz stark vertreten. Ja. Komplett alles dabei. Meeting Point natürlich auch. Und das ist ganz, ganz wichtig hier. Willkommen in Marokko. So ist es doch. Wir schauen mal zur Rezeption rüber. Das ist der Eingangsbereich hier. Richtig gut gemacht. Hallo. 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 Das ist übrigens... Du sprichst Deutsch, ja? Hallo. Ein bisschen? Ja. Ein bisschen. Wunderbar. Hallo. Ganz nett. Also es sprechen tatsächlich einige auf Deutsch. Englisch sowieso. Hauptsprache ist natürlich Französisch. So und jetzt gehen wir mal dorthin. Wo ich gestern natürlich auch wieder mal Sport sehen konnte. Gestern war Champions League. Und die wird hier übertragen. In dieser Bar. Wo dann am Abend aber auch, und das ist auch immer nett, Livemusik gespielt wird. Jetzt ein bisschen dunkel. Aber wir gucken uns das trotzdem mal eben an. So. Das ist wie gesagt hier die Bar. Überall aber auch die Flatscreens, um eben aktuell auch Sportprogramme sicherzustellen. Und das ist wirklich anzuschauen. Okay. Gehen wir mal nochmal weiter in den gleich zweiten Stock. Warum? Weil dort sich das nächste Alacate Restaurant befindet. Und das ist das italienische. Wir haben also hier ein italienisches und ein marokkanisches Alacate Restaurant. Jetzt gibt es wieder die langweiligen Stufen. Deshalb gehe ich ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Kurzer Blick raus. Ersten Stock schon geschafft. Wir sind ja fit. Und jetzt sind wir schon hoch. Man kann auch natürlich mit dem Aufzug fahren. Das ist auch kein Problem. So. Das italienische Restaurant. Mit übrigens erstklassigen Weinen. Und das sieht richtig toll aus. Also ein echtes Alacate Restaurant. Auch das hier, wenn man mal mit der Gruppe unterwegs ist. Das ist super. Die lange Tafel. Oder eben kuschelig zu zweit. Auch wieder mit einer Bar. Und tagsüber, es ist zwar geschlossen, aber am Abend, hier nochmal einen coolen Drink genießen. Und da kann man auch wieder rausschauen auf die Anlage. Das ist wie gesagt das Les Jardins de Lac d'Al. Da hinten im Hintergrund übrigens das Atlasgebirge. Toll, dass wir es auch nochmal sehen. Da liegt jetzt noch Schnee. So ist ein angesagtes Skigebiet eine Stunde von Marrakesch entfernt. Da kommen also viele aus den großen Städten auch zum Wochenende mal und gehen da tatsächlich Skilaufen. Ja, solange der Schnee noch liegt. Also es ist von der Sicht her auch schon eine ganz, ganz große Sache. Les Jardins de Lac d'Al in Marrakesch. Für mich der absolute Top-Tipp. Wenn man ein super Hotel haben möchte im Fünf-Sterne-Bereich. Und dazu auch noch natürlich eine tolle Stadt, die niemals schläft. Rufi Förster für Sonnenklar TV.